Musik Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich nach Sonne und warmen Temperaturen sehen, Ihr Urlaub aber noch eine Weile dauert, dann können Sie am Dienstagnachmittag immerhin auch bei uns mit milden 11 Grad rechnen und die Natur wirklich genießen. Musik Wolken dominieren den ganzen Dienstag über den Himmel, regnen soll es allerdings nicht und vereinzelt lässt sich sogar die Sonne blicken. Die Werte dazu liegen bei maximalen 10 Grad, auch die Nacht bleibt mit 7 Grad recht mild für den Januar. Der Mittwoch startet sonnig, schon um die Mittagszeit zieht es jedoch wieder zu. Am Donnerstag ist dann Sonne pur angesagt, ohne ein einziges Wölkchen am Himmel. Die Wolken sind am Freitag dafür wieder dominant und sie bringen Regen mit. Mit Werten im überwiegend zweistelligen Bereich bleiben die Temperaturen wenig winterlich.